So, da seht ihr gerade den kleinen Dani, der spielt ein bisschen mit dem Karton. Wir feiern heute Geburtstag von Alinoczka. Die ist heute Zorroxiem Riedt-Tarje. Sag mal schönen guten Tag. Das ist der Bruder von Alinoczka. Das ist mein Bruder. Das ist der Bruder von Alinoczka. Und Tanja ist die Frau. Das ist die Frau von Evgeny. Und so sitzen wir zusammen jetzt hier. Ihr habt ja noch jemand, war noch Dimas im Augenblick nicht da. Dimas im Augenblick ist der kleine Kindergarten. Ach so, verstehe. Ja, wir haben schon ganz gut was zu uns genommen. Ich habe extra den Eierlikör mitgebracht aus Wien. Weil es gibt alles in Russland, nur kein Eierlikör. Jedenfalls, müssen wir nochmal anschließen. Jedenfalls nicht. Naja, dann haben wir eine tolle Torte. Die muss ich nochmal ranholen. Die haben wir schon fast weg. Geburtstagstorte. Da gab es natürlich auch Fisch, nicht? Das ist Fisch, ja. Fisch, Torte, Fleisch. Gutes Fleisch gibt es hier. Da hinten haben wir noch. Ich glaube, Rogen ist das wohl da hinten. Kleine Fisch. Ich glaube, auf Deutsch ist es Rogen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und draußen ist heute kein gutes Wetter. Heute wieder Regenwetter. Ich bin richtig nass geworden. Ich bin richtig nass geworden. Meine Hosen und die Knie sind noch alles nass. Und die Haube natürlich auch. Aber das trocknet jetzt alles. Ich kann euch gleich noch zwischendurch sagen, dass es gestern Nacht endlich den Anschluss gegeben hat. Endlich den Anschluss gegeben hat zum Professorin, auf den ich selber so lange gewartet habe. Wir sind noch nicht direkt beim Professor, aber es ist jetzt der Beginn, dass der Freund mir eben die ersten Worte zu ihm bringt. Er wollte mir ja über den Professor in der Konfiterei erzählen, aber das klappte nicht, weil er unser Vermieter kam mit dem Vertrag. Und dann waren wir in einer großen Galerie. Und erst später in der Nacht kommen wir dazu, dass er mir über den Professor in Lennberg, in Lwov, etwas erzählt. Das wird dann recht spannend. Und da geht es dann auch noch um ein rotes Pulver. Ein rotes Pulver, was auf dem Tee gestreut wird. Das ist sehr, sehr eigenartig. Und das wird er mir dann noch erklären, was das für ein Pulver ist, warum das rot ist und wo das herkommt. Mal schauen, ob ich das heute Nacht schaffe, jetzt dahin zu kommen. Mal sehen. Wir sitzen jetzt noch weiter. Und wir werden noch einiges zu uns nehmen. Auch ein Kaffee, das die man mir gemacht hat. Jetzt gleich mal ein bisschen dran lippen. Dann ist bald hier eben. Heute also Familie, russische, also deutsch-russische Familie und die Literatur dazu. Natürlich wieder nur ein kleiner, sehr kleiner Ausschnitt, aber das müssen wir so machen. Wir machen ein Häppchen, weil man kann ja nicht so lange Videos machen. Da hat man immer Zeit für. Also, alles Liebe, bis bald. Baka, baka, tschüss.